hallo und herzlich willkommen zu endring gerne kündigt wir stürmen diese festung was ist was ist wollen ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße voll voll ist mich aus auf der reichweite okay dann muss da Gäste, die wollen den Sturm angreifen. Oder halt nicht. Hättet ihr schossen. Ey, der Messer. Diese Ballisten haben sich in sich. Oh, es hat sich nicht gelohnt. Aber es ist gerne fester. Erstmal nur eine kleine Brücke. Aber wir könnten jetzt auch mal wieder ableveln. Ich kriege kurz das nächste Upgrade. 8, 6. 2? Ne. 2 bei 800. Dann wären wir noch mal 7, 6. Das ist, äh, ja. Wollen wir so mal so klein. Ne, wir brauchen ein bisschen mehr Schaden jetzt. Das ist, äh, wir brauchen noch mehr Schaden. No, da ist es gleich noch. Jetzt gab es noch nicht. Okay, ähm. Wir werden sogar geleitet, diesen Weg zu gehen. Hallo? Ist jemand da? Kann ich einen Moment aufbauen, bitte? Mein Name ist Irina. Ich habe aus dem Kastel Morn, nach dem Süd. Die Servanten da haben sich gebeten. Ich kann nicht sicher, was es ist. Meine Augen hat seit der Geburt, du siehst. Aber ich versuche, ich habe eine Gefreizung von überall. Mein guter Vater hat mich aus dem Kastel, aber er hat sich selbst entschieden, zu bleiben. Er sagt, es ist seine Schuld. Als Kommandär. Ich... Ich Angst für der Vater. Die Servanten sind voll von Wroh. Sie sind voll von Angst für alle von uns. Sie haben seitdem gekommen, für alle von den Kampagnen, die ich mitgebracht habe. Sie haben keine Lust. Ich schaffe, dass es nicht anders ist, im Kastel Morn. Bitte. Ich empfehle dich. Würdest du ein Buch nehmen, zu meinem Vater? Im Kastel? Meine Liebe wünscht, dass er erhebte. Selbst wenn seine Ehre wäre der Preis. Bitte. Bitte. Ich will nur, dass er sicher ist. Danke. Dann bitte. Ich versuche es zu meinem Vater, der in der Kastel... Bitte. Er kann sich ständig sein. Ah, okay. Richtung Süden. Wir warten doch eh hin. Okay. Wir haben mehrere Hunde. ...und so ein Riesen. Und so ein Riesen. Ich lasse dafür, die kleinen Piers töten. Wir haben hier nur noch ein Item genommen. Halt. Okay, jetzt haben wir dann nur noch die kleinen, ähm... ...und so ein Riesen. Das ist das, was ich schätze mal noch. Der Riesel erscheint auch nur für uns eine Interession. Schade, ich wollte dir einen richtigen Phänischer geben, bist du ein netter Soldat? Du bist schon kein netter Soldat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gewollt habe, das ist ein 1-Nation-Wall, gut. Das ist ein netter Soldat. 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 noch mal naja ist doch irgendwas irgendwas wird auf mich lauern jetzt ein ballista ok ich hätte wahrscheinlich nur von dort hier rum springen können theoretisch nein da ist ein item ja nochmal eigentlich wollte ich nur eine korte haben aber ja 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 das Es war zu erwarten. Es war einfach zu erwarten, dass es so eine Falle ist. Es ist noch zu erwarten. Ich bin einfach zu gierig gewesen. Oh, die, meine Seelen. Oh, die, meine Seelen. Wow. Jetzt sind wir mit den Leuchtsteinen. Die Regenbogenstelle geht ja nicht auf. Das ist alles, was eine Regenbogenstelle kann. Das ist echt die billige Variante, kannst du sagen. Oh. 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 Regenbogensteine sind ja absolut so rotz. Sieht zwar schön aus, aber wozu? Ne, Glühsteine hier reinzusetzen, das sind alles meine Dingsobjekte. Okay, das überlebt man noch nicht, oder? Ne, das ist nicht gut. Es ist ein Boss. Ne, das ist nicht gut. 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 Ne, das brauchen wir. Wir könnten jetzt eigentlich mal so eine Großseite nehmen, oder? Ne, das ist nicht gut. 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 150 192 schaden und anders hätten 180 193 hat das ein schaden mehr los hier sind nicht mussten ja kostenlose ist nur es gibt maschine arten ha ja sie sind doch interessant jetzt das ist eine heiligwaffe machen mit der fähige goldenschwur oder was die waffe das nina nina blutschaden erhöhen aber tue ich zumindest die fähigkeit alle seite sind doch ganz gut das ist echt gut das ist in mein ausung noch ein bisschen revolutionär also du kannst dich gegen aber kennst du deine ganzen boden die police in den bodys nicht wenn du nur die pg raus bei der schuhe halt deinen schaden 50 prozent erhöht dann ist das natürlich cool ach es sind mehr ruinen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann natürlich noch die Polis drauf zu bekommen Weil wenn ich jetzt noch die Abilität so ändern könnte, das ist ja okay, ich habe jetzt magisch Und mein Boni nicht, okay, das sieht nur noch ein grosser Boss aus Okay, dann mal allangs jetzt Ich hätte mir gerade jetzt halt diesen Riesen jetzt ein bisschen schwerer vorgestellt Okay 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 So, ich brauche natürlich unbedingt meine Heiligtwaffe mal, demnächst. Einfach nur, damit ich mach. Halt! Ok. Ich krieg einfach seine Asche. Wir kommen jetzt ein bisschen zu den Ruinen. Der Abschied wird sich nicht lohnen. Pfeffer! Pfeffer! Wollen wir noch ein bisschen schlafen? Aua! Nein? Ok. 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 Ich muss sagen, das Gameplay wäre absolut broken, wenn ich immer Waffen reparieren müsste. Ok. Ich sehe einen riesengroßen Boss. Ok. 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 wieder so ein siegel okay ich wexte bin ich die ausbluten lassen auch nicht stehen sind die heiligen Papa Okay Die Barre ist gut Das ist der Oben beim Checkpoint Den Ort kommt hier genau Oh mein Gott, dumme Ideen. Aaaaaah! Wir wissen jetzt zumindest genau wohin. Da können wir denke mal wieder ordentlich ein paar Pfeile herstellen. So, da oben drauf ist so eine komische Dingenskugel Mistkäfer hier. Aber wir landen natürlich eine schöne neue Fähigkeit und die hätte ich ganz gerne mal, ne? Wieso brauchen wir so ein Dingenskugel? Dingenskugel. Hm. Das Wind ist hier in der Höhle, muss eins sein. Yep. Also wir holen uns jetzt erstmal diese Mistkugel. A besten ist, ich springe nach vorne. Bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir erstmal rein zur Kathedrale, dann gucken wir uns was das hier an und dann äh... Okay, Seine Nachbarkeit, ein Glück. Aber wir gehen trotzdem mal äh zur Kaberrunde. Weil es gibt definitiv paar Upgrades, die wir holen können. Okay. 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 Da fehlt uns ein einzelner Stein. Aber wir können nur so nen Bogen upgraden und machen 4 Schaden mehr. Na ja, wir haben mal ein bisschen was. Alles wird nicht. Hier verkauft man nichts. Doppelte Wappen können wir wegschmeißen, wenn wir welche hätten, aber nicht. Oh mein, die auch nicht. Okay. 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 So, wir ziehen mal noch meine Segen an. I am pleased. Would you like me to hold you? The blessing is still aflame. Would you like to be held? Now. You are so. Then good day to you. I am pleased with the hope that we will be able to do it again, to get something else to get. Now. Nein, man bekommt auch noch eine Schalte. Ohne Scheiße, was ich hier brauchen könnte. Nö, dann heilen. So... So... Vielen Dank. Jetzt haben wir das Maximum erstmal schon raus, hier wo etwas geht. Hier haben wir jetzt die Korte da flogen. Wir wollten aber hier unten ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir siegen, wir fängt jetzt an die Lagen. Und dann gehen wir in die Höhle. Und dann hör mal diesen Glöckner. Und dann gehen wir in die Höhle. Ich habe nichts zu verlieren, Leute. Ja, Scheiter. Und du bist ein... Und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir weiter. Okay, dann machen wir das mal raus. Und dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Das ist jetzt ein bisschen wütig. laufen noch mal hinten auf dem selber körper mit auch kann sagen Los! Los! Ja, wir müssen dann zumindest nicht weit laufen und denken ja, wieder wie wir es wollten. Oh, und der Doth auch ein bisschen schneller respawn. Die Doth auch ein bisschen schneller respawn. Die Doth auch ein bisschen schneller respawn. Ja komm, du bist doch schon auf live mein Freund. Die Doth auch ein bisschen schneller respawn. Die Doth auch ein bisschen schneller respawn. Die Doth auch ein bisschen schneller respawn. Jetzt habe ich es nicht mehr erwartet. Okay. Ich muss mich einfach ganz krach hier hin. Okay, was kann ich jetzt für den Abendsieger machen? Ist das jetzt ein Medellon für mich oder? Was ist das? Ich bin da. Erhöht alte Bude aber auch den erlittenen Schaden. Das ist... Das ist ein harter Deal. Das war noch eins, wo... Ja, ich nehme die Reine schon. diesen... Ich werde mal die Hülle noch mal markieren. So. Wir werden jetzt erst so kurz upgrade'n. Das Horma. 10.000 fast. 1.000... 2.000... 7.000... So. Und jetzt noch 2.000. Ist das so ein Scherz, oder? 3.000. 3.000. Verschwende jetzt kein Item mehr. Die Bisschen jetzt, wir sind Feind in der Höhle. Ja, ein Giftgebiet. 2.000. Ne, wissen wir es? Wir machen jetzt die Höhle. Wir brauchen natürlich noch etwas, was hier gibt... Ich stelle mir dann noch ein paar Päubern auf. Damit können wir wieder auf das Leben regeln, dann dürfen wir es fern. Wir würden mal verkaufen. Zwei noch. So, wir töten die Viecher hier. Wir müssen hier sehr aufpassen wegen Gift. Hier. Wir müssen hier aufpassen. 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 Das ist ein dummer. Das war wortmöglich ein Geschenk. Oh, die geben Spielesteiner. Oh, das war's. Okay, damit müsste ich jetzt dann das eine Item um rankommen. Okay, ich schmeiß das mal so nicht steil. So, da hat sich das Rätsel geklaut. Wir machen die Hülle jetzt auch noch fertig. So viel ist es ja auch nicht noch. Wissen wir den nicht. Wow. Oh, fuck. Ah, der Thor ist eigentlich der Fallstrang. Wir müssen diesen Weg gehen. Ah, die Angriffskraft hat sich trotzdem erhöht. Okay, das ist cool. Das ist doch cool. Ich darf jetzt bloß nicht sterben, meine Freunde. Auch gut zu wissen, wenn ich durch Gift laufe, geht das nicht runter. So. Das können wir jetzt neu erstellen. Blühsteine. Nice. Das sind echt schon wieder Stube 41. Scheiße. Die Wandern. Ich finde es viel besser, wenn man da würde ich sagen, okay, nur stärker. So. Okay. Behatsch. Wissen wir was? wir werden diese große monstruöse staat und noch einmal haben wir jetzt einmal zwischen also dieses immer ziemlich sicher dass das was ist so 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 Das war's. Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Alle Untoten waren nieder. Ja, wir können bloß die Überrasse untersuchen. Das ist eine Beziehungspiel. Das ist eine Beziehungspiel. Das ist eine Beziehungspiel. Das ist eine Beziehungspiel. Das schließt auf Echos ein. Von denen ihr kraftempfang habt. Ein duplizierter kann nur eine Beziehungspieler ausgeführt werden. Aber warum sollten wir etwas duplizieren? Ach so. Damit habe ich das Item jetzt zweimal. Ach so. Oh. Aber da oben ein Item, was ich sehr gerne hätte. Dann muss ich das an einem anderen Mausoleum machen, weil ich es jetzt verschwindet habe. Egal, da ist eh zu jetzt alles zu besitzen, ist das halb so wild. Okay. Okay. Hier gibt es ne Schweilung. Guck mal einfach wieder das Viehzeug durch hier. Okay. Okay. Ah. Ah. Wir haben hier absolut keine Ahnung, wo wir sind. In diesem Gebiet. Wir sind auf jeden Fall nicht zu schwach und auch nicht zu stark. Storytechnisch müssten wir hier oben weiter. Einerseits müssten wir auch hier weiter. Ja. Wir haben hier noch ne Menge zu erkunden. Und hier halt noch so einiges. Wir müssen nur die eine Burg klären. Und zu dem Baum gehen. Wichtig. Ich möchte mal wissen, ob wir überhaupt zu dem Baum gehen können. Und ja. Das war's noch wieder mal. Ort rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüu. Vielen Dank.